nein hallo herzlich willkommen Sula zu zweit tbm wie immer ja wenn auch das kann man hier nicht spielen jetzt mit a sniper muss ich den sniper jetzt muss ich machen das ist die von eben ich will ja richtig langsam was hast du wenn du sagst du dir ist er K ja die K runter komm komm oh Drehling einer glaube ich ja da war einer der ist weg jetzt einfach bei uns ist jemand oder ja oder weg bei uns in der Mitte also in der Mitte zwischen den Containern geht Untergrund geht zu uns doch nicht zu uns weiter wird heute nichts aber ich muss 10 kill trauen klar geschmeißen 10 stück bei uns oben rechts kämpft ist jetzt reden runter gesprungen kommt zwei rechts links oh nein bei einer den spriegst die gemocht äh linke Seite bei uns ja hä wieso treffe ich den nicht das ist doch kacke der ist ja immer noch ne glaub ich ich glaube ich muss ernst spielen bei uns oben ja fieb ich ja bei uns schon wieder ja 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 mit der k ist ja richtig langsam im gar nicht alter suchst du die ganze zeit eigentlich laufen ja du läufst aber so musst du die ganze zeit du kannst ja so gut laufen ja noch weiter oben bei uns springt nicht runter als rechts ob rechts bleibt auch rechts ja ich bin links gewesen da ist einer der ist jetzt richtung mitte kommt heraus die runde ist schlecht bei uns schon wieder unten drin jetzt weiter schon wieder bei uns warum kämpfen die alle warum werfe ich die ganaten so scheiße wieder in der mittelzeit tot und klar die sind schon wieder in unserem spawn alter alter einer bei uns unten drin einer unter container einer links rum alter lauf nicht hier oben in unserem spawn nein links zwei mitte richtigen richtigen ja der schießt sofort um ecke oder was hat er mich gesehen alter jetzt kämmt der da in der mitte habe ich dass der war ja das war der der kava nicht er schießt mich wieder die gern geschossen aus dem container glaube ich unter blauer alter 19 apg bei uns reine verpasst immer nur headshots linke seite ist jetzt kommt darum nein ich habe ihn auskaufen aber weiter wieder bei uns zwei wieder bei uns vorne ja weiter gerade wo ich die waffe wechsel kommt er um die ecke der ist reinges und hoffte auch schon alter der eine läuft die ganze zeit durch unseren spawn durch nein links ist ein sniper ja habe ich natürlich nicht gesehen die ganze zeit bei uns immer wieder und bei den aus ein will ich noch holen mit schade schokolade es gibt keine schokolade die wunde war schlecht ja wirklich schlecht kontrakts willst du noch eine dranhängen oder ja können wir machen gut dann sehen wir uns in der nächsten runde wieder bis gleich willkommen zurück zu Sula zur nächsten runde meinst du ja meine ich auch ja ich würde es besser ne auf ein neues ich glaube jetzt muss ich noch nicht mehr sniper stehen ich glaube jetzt muss ich noch nicht mehr sniper stehen mit dem gleichen gegner nein den sand alibaba oder der kämpft im container drin ich habe ihn angehittet ich habe ihn angehittet links links ist einer der alibaba ja er hat nicht im container ja im container dass da keiner hinguckt dass da keiner hinguckt hä ach da kämpft einer im head glück war oben zweifahr ok das wurde der wurde schnell weggemacht bei uns wieder bei uns wieder und unterm container im container kommt uns rum zwei keiner war oh nee ein im container alter und auf der relin kommt jetzt mittlere schrank blauer seite zwei relin zwei mitte drei mitte äh blauer äh 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 ich glaube unter container und rei linksseite äh im container im container danke zick stopp oh das wäre nice geworden hätte ich ihm gemacht gemacht ja ja äh blauer durch alter wer ist im mittlerein ist im container drin oben der snipen wieder links ist eine k im container ist noch einer blau geht zurück hinten links ist es treiber ja ja habe ich rechte seite ist einer ja habe ich äh 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 ja die die kämpfen jetzt alles ab offenbar kommen so zwei bei denen bei uns er kämpft wieder bei uns der kann auch nix ja 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 hat hat ich ja das hand wir was getroffen auf deren für weg geht gritt weggeklickt oben drin im container ist er jetzt am campen der typ ist auf den container von ihm links im container noch angehittet bei uns unterm balkon linke seite unter unserem balkon ja das war der sniper wieder auf den wehren balkon links ja sofort headshot um die ecke kommen jetzt bei uns unten drin schon wieder der ist da immer noch hinter der kiste wasser kann schießt um die ecke reeling unterm container seite unter container ja ob der es wusste na sicherlich alter der typ sitzt der eine sitzt immer im container oder auf rede eins von beiden hat geliebt alter ob das wusste dass ich da bin jo wieder es ist immer hinter der kiste ein container und auf dem balkon bei den ja auch mal kommen wir den der sitze schon wieder also immer noch nicht schon wieder jetzt hier in 40 25 der komisch er ist immer nur zu uns zum swan gelaufen heute in spawn kill aber das ist zu lang das ist zu lang das war's wieder mit zudem nächsten mal Au. Ciao.